Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Das bewährte Arsch-Battle. Ich hab mich im Endeffekt noch mehr darauf gefreut, dass dieser ganze Herodes-Talk-Scheiß und diese ganze Wack-Gammel-Lappen-Scheiß, der auf den Kanal hochgeladen wird. Aber anstatt uns jetzt hier abzuschweifen, schauen wir uns erst mal die erste Einsendung an. Wir haben hier ein solides Video. Nicht überragend, aber solide. Nette Effekte wie das mit dem Achso und es wirkt allgemein einfach professionell. Der Schnitt. Das Video ist ein One-Tagger, deshalb kann ich zum Schnitt leider nichts sagen. Aber die Kamera-Film ist gut bis sehr gut gelungen. 13 Punkte. Ich weiß aus Wack-Gammel-Scheißhausen. Ich frage mich, wie man darauf kommt, hier so einen Haufen Kotze einzusenden. Selbst Hitler hatte mehr Ahnung von Erschen. Minus 1000 Punkte. Natürlich war es nur ein Scherz, ich Gammelhaufen, aber bitte in Zukunft ordentliche Ersche. Da kann er nicht mal eine 12 Jahre Einzelhinhaftierte mit Samenstau drauf wichsen. Ich gebe gnädigerweise 3 Punkte. Das User-Voting. Von eurer Seite lagen die Bewertungen etwas über meine Einschätzung, was daran liegen könnte, dass ihr noch nie richtig Ersche gesehen, geschweige denn angefasst habt. Na ja, ihr habt eine Punktzahl von 6,9 gegeben. Das bringt eine Gesamtpunktzahl von 22,9 Punkten. Morgen gibt's weitere Qualifikationen.